Mein Name ist Michael Schneider. Ich bin Präsident der EVP-Fraktion im Ausschuss der Regionen und Berichterstatter für die Dachverordnung der Strukturfonds für die nächste Legislaturperiode. Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit den Vorschlägen der Kommission für die Strukturfondsverordnung. Wir haben nur einige substanzielle Verbesserungsvorschläge. Ich will drei nennen. Erstens, es ist ein Sicherheitsnetz vorgesehen, sodass keiner unter 76 Prozent der heutigen Förderung fällt. Das bezieht sich auf die nationale Ebene. Wir sagen, das muss sich auf die regionale Ebene beziehen, sonst gibt es in einzelnen Mitgliedstaaten Disparitäten. Zweitens, wir können es nicht akzeptieren, dass die Kofinanzierungssätze der EU intensiv gesenkt werden. Wir sagen, bei Übergangsregionen darf die Kofinanzierung nicht unter 70 Prozent sinken. Und dritter Punkt, wir akzeptieren es und begrüßen es, dass zusätzlich zum BIP weitere Indikatoren bei der Mittelverteilung eingesetzt werden sollen. Wir fordern aber, dass demografische Probleme zusätzlich als Indikator künftig genutzt werden, weil demografische Probleme Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum beeinträchtigen. Und das sind genau die Interventionsziele der europäischen Koalitionspolitik. Wir haben an die Verhandlungspartnerparlament und Rat eine dringende Bitte. Die Kommission hat hervorragende Schritte gemacht beim Bürokratieabbau und bei der Verwaltungsvereinfachung. Bitte jetzt nicht wieder draufsatteln, bitte nicht wieder x Details hineinverhandeln, sodass es am Ende genauso kompliziert ist wie in dieser Periode. Bis zum nächsten Mal.